KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung ihrer Immobilie geht. Erstklassiker Service, hervorragendes Know-how, Seriösität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Eine groß angelegte Drogenrazzia wurde heute am 28.11.2018 in der Mannheimer Innenstadt von der Heidelberger Ermittlungsgruppe Rauschgift in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mannheim durchgeführt. Dafür wurden mehrere Quadrate im innerstädtischen Bereich von der Polizei abgeriegelt. Wie die Polizei weiter mitteilt, lagen deutliche Informationen vor, dass sich in mehreren Gaststätten Personen aufhalten, meist nordafrikanischer Herkunft, die der Drogenszene zuzuordnen sind und ihren Lebensunterhalt durch den Drogenhandel sichern. Um diesen Zuständen herzuwerden, wurde dieser Sondereinsatz an der mehrere hundert Einsatzkräfte Teilnahmen durchgeführt. Die genauen Ergebnisse des Einsatzes werden morgen im Laufe des Vormittags bekannt gegeben. Metropolregion Rhein-Neckar-News wird sie auf dem Laufenden halten.